In der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, einem Zusammenschluss von 17 Tourismusverbänden in der Region, kann man ab dem heurigen Sommer ein besonderes Gusto-Stückerl für Urlaubsgäste anbieten. Mit der Sommercard wird umweltfreundliche Mobilität unterstützt. Ich komme vom ersten Tag an mit dem Bahn und Bus gratis bewegen. Ich kann jeden Tag eine Top-Attraktion nutzen, sei es eine Bergbahn, sei es ein Museum, sei es ein Bad oder das gesamte Programm der Nationalpark Rentscher. Das ist ja leider schon ein umfangreiches Programm. Mehr als 60 Attraktionen vom Tela-Taxi bis zum E-Bike-Verleih können mit der Krat genützt werden. Eine nachhaltige Bewusstseins-Offensive für Gäste und Einwohner, die den öffentlichen Verkehr in der Region forcieren soll. Das ist nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb mit anderen Regionen, sondern wir sind selber davon überzeugt. Wir sind selber davon überzeugt, dass wir ein top Angebot haben und freuen uns schon, wenn die Gäste sich jetzt im Sommer annehmen können. Ganz dem Motto entsprechend, den Nationalpark erhalten und so vielen Menschen wie möglich auf sanfte Weise erlebbar zu machen.